deine frau ja muss dann acht oder neun oder zehn stunden von jeans sozusagen auseinandergenommen werden was passiert denn dann das war es dann du bist morgens verflucht das was machen hier steht ja engel aber das sind ja dämonen ja nur die engel noch einmal ausreden aber du findest aber nicht traurig die leute in den kommentaren schockiert alle frauen aber wenn es wirklich kommen die ganzen mädels vorher zu schauen wir haben fast drei hunde über jetzt haben wir 300 zuschauer du sagst es ist egal wir haben jetzt 300 zuschauer mach mal ein bisschen größer hat für die leute ein bisschen mehr wir kommen mehr zuschauer das ist so leute hier steht an alle zuschauer wir haben das thema wenn eine frau oder ich schließe am besten mal vor allahs prophet sprach wenn der ehemann seine ehefrau für sex zu sich ins bett ruft und sie sich verweigert und ihn hör zu in wut schlafen ließ werden die engel allahs sie bis zum anbruch des morgens verfluchen jetzt gebe ich euch ein beispiel ganz kurz selbst ist noch gleich reden ganz kurz nur für die zuschauer ganz gut mehr weiterhin stellt euch mal vor leute du sagst jetzt euer mann ja heißt als beispielsweise jetzt genau und die ehefrau heißen ab und genau sagt seine ich habe jetzt lust mit ihr zu poppen und so drehe ich mal um die sagt so nein ja ich möchte nicht und er sagt so hat er kommt mir jetzt gesagt ja ich möchte nicht sagte okay kein problem aber ich gebe nur ein rat du wärst bis morgens verflucht von den engel die kommen mehr sage ich nicht gute nacht findet ihr es noch mal jetzt noch sechs uhr morgens von 23 uhr bis 6 uhr morgens kommen engel zu euch ja und verfluchen euch gedacht so verflucht und verflucht kommt in in der helle du verfluchte du ho reagieren leute das ist doch schwach ok jetzt lässt du mich aussehen ok jetzt erklärst ja ok mit sehr gut so warum stumm aufweser macht ja mal ja bitte mach auf stumm ich will es erklären ja erzähl ja leite guck mal ihr redet sehr oft über die bibel in der im stream aber ihr wollten ja auch darauf antworten über die bibelferse was zeigt aber egal egal auf jeden fall diesem hat sich geht es darum ich erkläre es gerne hier für alle zuschauer hier auch für muslime auch für die christen die leute die glauben kennen sagt du bist muslim damit die nicht falsch denken das darf ich jetzt erklären ja eine minute ausreden lassen oder zwei minuten so auf jeden fall wenn du mit wenn du mit einer frau heiratet ist ja und dann zwei drei jahre später mit idee konsumiert also sexuelle konsumieren ja dann bekommst du deine strafe wenn du es sich weigert für sex halt was ist denn die strafe mit einer weise warum weil das schaust du lass mich aus wie ist auch wie es auch in der bibel steht man soll die frau die hand abhacken wenn sie die schamteile greift aber bei uns gibt es so die enge die frau nur bis morgens nur bis morgens und das aber was ist die strafe ist ganz die strafe also für euch ist die frau dann so widerspenstig weil die will ja nicht sex mit ihr haben ist das nicht strafe die frau konsumiert das aber hier ist es gar nicht um frauenfeindlich überhaupt nicht weil sie möchte kein kumal sie möchte kein sex und sie wird dafür von gott er gott schickt als allah schick seine engel um sie zu verfluchen weil sie zu ihrem mann nein gesagt hat ja aber spielst du eigentlich sag mal bist du wahnsinnig edifix sie will sie möchte nicht lass mich erklären warum sie möchte nicht edifix hör mal zu eine wenn eine frau sagt nein warum edifix wenn eine frau sagt ich möchte nicht dann möchte sie nicht keiner kann sie zwingen und wenn ein allah seine engel schickt um sie zu verfluchen weil sie zu ihrem mann nein gesagt hat hat so ganz ehrlich spinnst du er ist frauen hat hart abpacken der bibel ist auch nicht edifix wie geht denn sowas wie peinlich ok lass mich jetzt erklären warum weil du mich weißt du die ehe konsumiert das verstehst du edifix ich weiß ganz genau edifix ich weiß ganz genau dein herz rast grad du schämst dich gerade dafür ich weiß das aber es ist eine religion du hast gerade selber zugegeben aber nur bis morgens das heißt ist okay nur bis morgens alles gut edifix ich bitte dich du lachst grad deswegen hast du dich gestimmt ich weiß dass du gerade lachst ja oder das ist der wahnsinn aber du lachst gerade deine eigene religion aus edifix du lachst gerade deinen eigenen glauben aus ich weiß dass gott gelassen mit der frau die noch hast du gerade gelacht wieso hast du gerade gelacht du hast dich extra gestimmt weil du gelacht hast wieso lacht über deinen eigenen glauben edifix du hast mit warum hast du gelacht ich weiß ich weiß dass du gelacht hast wieso lachst du deinen eigenen glauben aus er heiratet eine frau und er sagt komm du musst du musst du musst wenn sie nicht macht dann ja weil du mit so einander genau warum warum muss deine ehefrau so leiden wenn sie nicht will erklär mal bitte sich die ganze zeit habe gesagt ja bis nur bis morgen was für wieso diese hat die vorschriften weil du es falsch verstehst was habe ich jetzt anders gesagt dass was habe ich jetzt anders gesagt erklär mal wenn du mit der frau die konsum ist ja du musst dann machen das ist halt so wenn du musst du musst laut laut deinem glauben muss die frau ihre beine breit wenn der mann gesagt jalla anik jalla macht beine breit du hast nicht konsumiert und du musst es nicht macht fertig dann bekommst du strafft nur bis morgen ist durch das steht nur okay jetzt habe ich verstanden leute habt ihr gehört edifix sagt auch nur bis morgens wird sie verflucht dann ist alles okay dann würde ich mal sagen edifix dann bedanken wir uns erstmal bei euch aber nicht für immer nicht für immer bis morgen als ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß bis morgens wird sie verflucht ich weiß haben wir verstanden hallo du kannst jetzt runter und danke edifix dann geht ja bis zum nächsten mal jetzt reden wir mit senat weiter aber ich danke den ihr das haben ehrlich war okay bis zum nächsten mal was sagst du dazu warte mal er macht euch lustig über ein hadith dass wenn eine frau die machen und wir machen uns nicht lustig wir finden es traurig sehr sehr traurig ist eine katastrophe bruder das ist nicht lustig beruhigt dass man salam alaikum sind ab ich weiß nicht muslime das ist ja mal ich gesagt ich weiß es nicht weil also dürfen wir da nicht sagen oder wie also zunächst muss sie mir davon ist nicht weil wenn sie wenn sie ist allah beleidigen dann dürfen wir doch nicht all das frieden auf die wünschen okay wir sind auf jeden fall christinnen müssen christ und sagen zu dir salam alaikum dann sage ich wo alaikum ok wir haben ja auch nichts anderes erwartet dankeschön jetzt auch jetzt mal ich verstehe es nicht die ganze welt wundern sich warum eben paten also mann und frau immer wieder fremd geht in deutschland ist es so die frauen und männer leiden lassen sich halten 80 prozent warum weil die frau möchte nicht mit ihrem mann schlafen was macht der mann geht aber andere frau und es ist andersrum da mann möchte mit ihr nicht schlafen und dann geht er dann geht die frau fremd um diese ganze sache zu vermeiden ja so ein engel die frau sollte die frau wenn der mann sind sie ruft ja dass sie ihn anbietet sollte sie gucken wenn sie es keine krankheitliche schäden hat dann ist es ihre aufgabe ihrem mann zufrieden zu stellen okay das heißt 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 dass du deine frau das heißt dass du deine frau wenn sie nicht geben will warte doch mal warte mal warte mal ich habe nicht eine frau geheiratet nur mit ihr um zu schulen wie er die die ganze sagt immer doch ja ich muss nicht auch gut ich habe eine frau geheiratet und mit ihr kinder zu machen und damit ich mich mit bei ihr wohl fühle damit sie spüre dass sie meine frau ist wenn eine frau jetzt ohne grund sage ich mal und sagt ich habe keine bock ja wieso habe ich sie dann geheiratet damit sie zu mir sagt ich habe keine bock ist sie kein mensch hat es keine gefühle sie ist doch keine mensch dann sollte sie mich gar nicht heiraten was ist keine mensch nein nein ich sage nicht dass sie keine mensch ist hast du hast du jeden tag lust wasserblahne zu essen nein es gibt tage wo sie sagt schatz willst du wasserblahne und sagt ich möchte nicht und so ist es bei ihr wenn du sagst schatz ich möchte sex heute mit ihr haben sie sagt habib elbi heute fühle ich mich ich will nicht nun sagt doch ich habe aber eine latte ich möchte sie will aber nicht habibi sie kann doch einmal sagen okay kann sein okay sind zweimal vielleicht hat sie schlechte laune will nicht was machen wenn sie jeden tag schlechte laune geht nicht also da muss dann wissen warum immer diese schlechte laune kommt weil zum beispiel wie du sagt es vor allem jeden tag jeden tag man muss immer eine methode finden ja wie man die frau geil macht oder wie die frau dem mann geil macht es gibt frauen die wollen nur dass die männer auf sie drauf gehen das ist beispiele von dir jetzt gehen wir zurück zum thema für ein hadith wenn die frau sagt ich möchte nicht sein hat wenn sie sagt eine mahrbe die ich möchte nicht habibi ich möchte nicht warum warum ist sie bei euch wie ein sexobjekt da kommen engel und verfluchen sie es morgens allein von kommen menschenverstand gesunde menschenverstand ist das nicht nicht nur noch nicht normal sondern frauen verachten weil der mann immer sich da ein bier nimmt und immer fußball staut und das stimmt doch gar nicht das stimmt doch gar nicht das bezieht sich doch nicht auf christliche männer das bezieht sich auf euch das bezieht sich auf euch muslime habibi was redest du dein beispiel hat gar kein guck mal dein beispiel hat gar kein gewicht du nimmst ein beispiel bier bier wer redet hier über europäer die reden über deine muslimische umma habibi was redest du wenn ein mann keine aufmerksamkeit ihre frau steckt natürlich natürlich hat sie keine box oder du philosophierst du philosophierst